Hallo und herzlich willkommen hier auf Viren Kalwasch Fotografie. Ich bin Viren Kalwasch und heute mache ich ein kleines Mini-Style-Shoot. Ja, die Richtung ist ein bisschen Toskana-Feeling, Flieder und das wird richtig, richtig gut. Und dann nehme ich euch heute mal mit. So, ich habe ein bisschen Location-Scouting gemacht. Ich bin extra in den Humboldt-Hallen gefahren beim Gesundbrunnen und zwar in den Rosengarten. Denn hier soll es richtig, richtig schön Blauregen geben. Und ja, das stimmt auch. Der ist super, super schön. Hier sieht man auch nochmal den Rosengarten. Aber leider ist er schon ziemlich verblüht und für das, was ich vorhabe, wäre ein bisschen mehr Blauregen viel schöner. Und deswegen wird das heute hier nichts mit dieser Location, aber ich kann mir das auf jeden Fall merken. Wir sind im Laden und es geht fleißig los, dass wir gerade ein Kleid aussuchen, welches wir heute fotografieren. Und das erste, was wir gesehen haben, war schon mal richtig gut. Und das erste, was wir gesehen haben, war schon mal richtig gut. Und das erste, was wir gesehen haben, war schon mal richtig. So, jetzt ist das Shooting auch vorbei. Wir haben hier in der Villa Aurea geendet. Das war super, super schön. Das ganze Shooting war ja total toll. Das ganze Team hat wieder super gut mitgemacht. Und ja, das war's für uns jetzt. Ich freue mich schon, die Bilder zu sich noch anzuschauen. Und vergesst nicht, ein Abo dazulassen. Daumen hoch zu geben. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.